Herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Ihr Podcast mit dem Pharma-Wissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem Pharma-Bereich, hier für Sie zusammengefasst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast, GMP-Podcast, Wissen für unterwegs. Und heute beschäftigen wir uns mit dem pharmazeutischen Qualitätssystem. Im Rahmen des Annex 1 ist das ja ganz neu hochgekocht. Früher hieß es Qualitätssicherung, jetzt heißt es pharmazeutische Qualitätssicherungssystem. Und alles, was damit zu tun hat, da haben wir uns gedacht, laden wir mal den Christian ein. Herzlich willkommen, Christian Gausopohl, ein wirklich ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Und ich freue mich, dass du da bist, Christian. Herzlich willkommen. Ja, danke. Und wir werden mal sehen, ob wir euch da so richtig reinbringen können in das Thema. Aber Christian, stell dich doch erst mal vor, wer du bist, wo du herkommst. Ich habe dich so angepriesen. Mal gucken, ob ich da recht hatte. Ja, Hoffen, vielen Dank. Ich finde es toll, hier zu sein und freue mich da einfach drauf. Ich bin Christian Gausopohl, von der Ausbildung her Apotheker, seit über fast 30 Jahren in der pharmazeutischen Industrie unterwegs. Bin sachkundige Person und auch als solche tätig, aktuell bei der Marken GmbH in Deutschland und beschäftige mich seitdem, schon seit langer Zeit mit pharmazeutischen Qualitätssystemen. Bin dort wirklich aktiv tätig und es ist mir ein großes Anliegen eigentlich dabei, immer für das Thema Qualität auch zu werben. Ja, genau. Das freue ich mich drüber. Und eigentlich auch klar zu machen, dass eben Qualität und Profitabilität, Effizienz in Prozessen sich nicht ausschließen muss, sondern sich gegenseitig befruchten kann. Genau. Du hast ja auch mit KPIs früher zu tun gehabt. Weiß ich ja, wir kennen uns ja schon lange. Und da bin ich auch ganz gespannt, was KPIs eigentlich wirklich in so einem Qualitätssicherungssystem eigentlich machen können. Also man denkt ja immer, das sind ganz abgedrehte Kennzahlen da und man kann nichts da richtig rausziehen. Also das ist ja sicherlich auch noch ein Thema, wo wir darauf einsteigen werden. Absolut. Also ich denke zum Beispiel, eine der wichtigsten Fragen, die ich so im Laufe meiner Zeit gelernt habe, ist die Frage des obersten Management. Woher weißt du eigentlich, dass das Qualitätsmanagement gut ist? Wie will ich das eigentlich messen? Also wie bekomme ich eigentlich ein Gespür dafür, ob das, was ich tue, in meinem Unternehmen zu viel ist, zu wenig ist oder gerade richtig ist? Ja, genau. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Essenz daraus, die wir zum Schluss auch bringen wollen. Was bringt mir also dieses Qualitätssicherungssystem, außer dass es eine klassische Anforderung ist? Und die Anforderung ist auch vielleicht so unser erstes Thema. Das liest sich ja in dem neuen Annex ja relativ kurz. Ja, man hat jetzt gesagt, PQS ist jetzt da, pharmazeutisches Qualitätssystem. Aber wo kommen denn eigentlich so diese Grundanforderungen eigentlich her? Also wir haben ja früher in dem EG-Leitfaden ja sowieso diesen Part mit dem Qualitätssystem. Und Qualität brauchen wir ja grundsätzlich für unsere Arzneimittel. Aber wo kommt jetzt diese Grundanforderung eigentlich her? Ja, also die Anforderungen im Kapitel 1 im EU-GMP-Leitfaden, die gibt es schon längere Zeit. Das ist nichts Neues eigentlich dabei. Dass eben ein pharmazeutisches Qualitätssystem vorhanden sein muss. Und was das im Einzelnen heißt, darauf geht ja das Kapitel 1 so ein bisschen im Detail ein. Und ich denke, wir werden heute ja sicherlich das ein oder andere Streifen dabei und näher beleuchten. Hinzu kommt, dass mit der Einführung des ICHQ10, pharmazeutische Qualitätssysteme, diese Anforderungen noch ein bisschen weiter ausgeführt worden sind, ein bisschen konkretisiert worden sind und gleichzeitig auch in die ISO-Welt hinein eine Verbindung geschaffen worden ist einfach dabei, um das Ganze möglichst irgendwo standardisieren zu können. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Mir ist nur eine Frage durch den Kopf geschossen. Wenn ich das ICH jetzt nehme, das ist ja auch im EG-Leitfaden jetzt implementiert, aber ich finde immer, es beißt sich immer so ein bisschen. Ja, also wir haben noch ein Kapitel im EU-GMP-Leitfaden und wir haben die ICH. Also kannst du vielleicht so ein bisschen mal ganz kurz umreißen, wo die beiden eigentlich Zusammenhänge haben oder warum es die beiden Unterschiede eigentlich gibt? Also warum habe ich so ein Kapitel als auch dem ICH-Guideline, die jetzt angehängt sind? Das ist eine gute Frage. Also letztendlich wächst ja alles historisch und es gibt unterschiedliche Treiber sicherlich, die das nach vorne gebracht haben dabei. Das Kapitel 1 im EU-GMP-Leitfaden ist ja auch mehrfach überarbeitet worden in der Historie dabei und es war sicherlich auch schon eher da. Das Betreiben der ICH natürlich auf der internationalen Ebene ist natürlich unterschiedliche Bereiche wie eben US-Bereiche oder eben auch den japanischen Bereich im ICH-Prozess zusammenzuführen und das Ganze zu standardisieren. Die Regelwerke sind ja nicht gleich für beispielsweise den US-Bereich oder eben auch den japanischen Bereich und dann verglichen mit dem europäischen Anforderungen einfach. Es steht natürlich im Kapitel 1 nicht so richtig viel drin, also finde ich, gegenüber der ICH-Richtlinie. Die ist ja schon deutlich tiefer in der Detailtiefe eigentlich. Und mich interessiert ja auch immer so ein bisschen brennend die Frage, weil es auch ganz oft die Frage an mich herangetreten wird, so einen Qualitätssicherungsleiter, braucht es den jetzt eigentlich? Also er ist ja jetzt ja genannt so ein Stück weit, aber so die richtige Anforderung ist es im Kapitel 1 ja nicht richtig benannt, außer dass er da sein muss. Gibt es in der ICH-Guideleine eine tiefere Beschreibung? Die sehe ich dort nicht, auch genauso wenig. Also letztendlich ist es natürlich so, dass ein möglicher Leiter, Verantwortliche für diesen Qualitätssicherungsbereich nicht unbedingt in den Regelwerken vorhanden ist. Das liest sich zwischen den Zeilen, es gibt eine Anleitung einfach dazu, aber es ist keine konkrete Vorgabe wie beispielsweise den Head of Production oder Head of Quality Control oder die sachkundige Person, die sind klar beschrieben mit den Anforderungen auch dabei, aber für den Leiter der Qualitätssicherung sozusagen gilt dies nicht. Ist dies ein Hinderungsgrund oder ein Problem irgendwo? Nein, sicherlich nicht, weil dies natürlich auch ganz viele Möglichkeiten für die Unternehmen bietet, das dann dementsprechend so ausgeprägt auf die eigenen Anforderungen darstellen zu können und umsetzen zu können. Grundsätzliche Unterschiede zwischen ICH Q10 und Kapitel 1. Ich würde es vielleicht so formulieren, Kapitel 1 sagt, was wir tun sollen und im ICH Q10 gibt es ein paar Informationen mehr dazu, wie dies möglicherweise erfolgen kann. Dabei spielt für mich jetzt die Frage eine Rolle. Dieses pharmazeutische Qualitätssystem wird jetzt ja im Annex 1 jetzt ein Stück weit auch namentlich so benannt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dass man so eine extra QS, so nenne ich es jetzt mal, so eine PQS in der Produktion abbilden soll und obwohl es ja eigentlich schon ein Qualitätssicherungssystem im pharmazeutischen Betrieb hier eigentlich gibt, oder ist diese Interpretation von mir jetzt falsch? Also soll das jetzt aufgesprengt werden? Also gibt es eine kleinere Einheit, die sich vielleicht im Shopfloor widerspiegelt? Also Stichwort Quality Oversight oder wie siehst du das? Ich würde es anders formulieren wollen. Für mich sind das keine neuen Fragestellungen, die jetzt eine, oder neue Äste, die sich in einem pharmazeutischen Qualitätssystem wiederfinden sollen, die Ergänzungen vielleicht da sein sollen, sondern sind eigentlich Dinge, die auch so schon im pharmazeutischen Qualitätssystem beschrieben sein sollten. Also es gibt ein PQS, es kann nicht zwei, drei verschiedene, unterschiedliche geben. Das ist sicherlich bei verschiedenen Standorten eine andere Fragestellung, aber dazu kommen wir vielleicht später einfach mal. Es ist so, dass diese berühmte Quality Oversight-Frage natürlich sehr kontrovers diskutiert und da sicherlich auch Strömungen zu erkennen sind. Es gibt in den europäischen Regelwerken den Begriff Quality Oversight gibt es nicht. Der ist nicht vorhanden. Der heißt jetzt externer Beobachter im Annex I. Ja, ist richtig, aber der Begriff Quality Oversight geistert ja auch immer durch verschiedene Publikationen und hat durchaus auch seine Berechtigung. Also der Begriff ist selber in meinen Augen sehr gut gewählt, weil er sehr viel ausdrückt. Also diese Verantwortung, Oversight heißt ja nicht nur etwas beobachten, sondern heißt ja auch Überblick zu haben dabei. Und dies beschreibt dann sehr schon sehr gut auch, wie in einem pharmazeutischen Qualitätssystem eben operiert werden soll. Der Begriff selber ist ja letztendlich aus dem US-Bereich herübergetragen worden. Auch da findet er sich nicht in den Regelwerken interessanterweise, sondern eigentlich da hauptsächlich in Mängelberichten, Warninglettern, 483s, wo das dann verwendet wird. Aber das ist etwas, was sicherlich auch zu uns Eingang findet. Und jetzt Annex I ist ein schönes Beispiel, wo es auch konkret genannt wird, dass eben die Erwartung ist, dass eben diese Oversight wirklich auch da ist, entweder durch Prozessbeobachtung einfach da ist, aber eben auch weit mehr in meinen Augen das ist, als nur zuzusehen, wie die Mitarbeiter bei der APS beispielsweise tätig sind oder beim Monitoring tätig sind. Ich kenne aber so ein paar Firmen, die sich jetzt einfach gedacht haben und den Annex I so interpretiert haben, dass ich jetzt ein Stück QS nehme und das PQS nenne und das in die Produktion integriere. Siehst du da einen Vorteil eigentlich? Weil wenn ich deine Ausführungen jetzt eben nochmal in Revue passieren lasse, dann ist es eher so, dass du das nicht so gut findest, wenn sich mehrere Stränge oder Äste bilden. Ich sehe da keinen Widerspruch, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass ein pharmazeutisches Qualitätssystem ganz verschiedene Ausprägungen haben kann und in einem Unternehmen, das muss einfach zu dem passen, wie dieses Unternehmen tätig ist. Für mich gibt es unterschiedliche Layer, sagen wir mal, die innerhalb dieser Quality Oversight eine Rolle spielen. Da gibt es zum einen, und das finden wir natürlich auch im Kapitel 1, die Managementverantwortlichkeit. Das heißt, wie kommt das eigentliche Senior Management, die oberste Leitung, die Geschäftsführung, je nachdem, wie das Wording dort im Unternehmen ist, wie kommt die eigentlich ihrer Managementaufgabe nach, eben die Aufsicht über dieses Qualitätsmanagementsystem zu haben dabei? Dabei unterstützt beispielsweise ja auch der Bereich einer Qualitätssicherung, zum Beispiel der Leiter einer Qualitätssicherung, wie wir es gerade hatten. Und dieses Nachkommen der Managementverantwortlichkeit ist essentiell. Darunter ist für mich in einer weiteren Schicht etwas wie beispielsweise strukturelle, prozessorientierte Oversight, die sich beispielsweise auf die Einhaltung von Prozessen kümmert, die vielleicht nicht operativ sind. Also nehmen wir Beispiele wie Lieferantenqualifizierung, die Durchführung von internen Audits etc., die nicht direkt im operativen Bereich sind. Und darunter wieder um der Layer der operativen Oversight dabei. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, das auszuprägen dabei, mit Vor- und Nachteilen dabei. Die Strömung geht sicherlich daher, dahin zu sagen, okay, ich habe eine Qualitätsfunktion direkt vielleicht im operativen Bereich. Also dieses On-Site ist sicherlich etwas, was man da immer mehr findet dabei. Und nur so können diese Funktionen ja auch wahrgenommen werden. Das finde ich ein schönes Beispiel, was du jetzt gebracht hast, wie du das versucht hast, bildlich darzustellen. Also für dich ist dann die Qualitäts- oder der Leiter der Qualitätssicherung oder Leiterin eher so diese Beratungsfunktion als eine Ebene zum Management, damit das Management richtig informiert ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Und darunter dann dieses Klassische, was du gebracht hast, Lieferantenqualifizierung und dann unten im Shopfloor. Also dieser Leiter der Qualitätseinheit soll dann dem Management, wenn ich dich richtig verstanden habe, eigentlich so diese Verbindung bringen, damit er seiner Aufgabe nachkommen kann, wie gut die Qualität eigentlich gemanagt wird. Ist das richtig? Also irgendwie muss das Management ja in die Lage gebracht werden, ihre Verantwortung oder seine Verantwortung wahrnehmen zu können. Ich kann nur etwas bewerten, wenn ich dementsprechend auch Daten habe oder Bewertungen vorliegen habe und jemand muss mit dieser Aufgabe betraut werden. Jetzt ist es natürlich eine Frage, handelt es sich um ein globales Unternehmen oder ist es mehrere Standorte oder habe ich das Ganze an einem Standort? Ist es mittelständisches oder ein kleines Unternehmen? Da können die Ausprägungen natürlich unterschiedlich sein. Um diese Aufgabe des Senior Management wahrnehmen zu können, muss irgendjemand diese Tätigkeit ja ausführen können. Das heißt, ich muss eine Verantwortung zuordnen und diese Verantwortung kann ich beispielsweise einem Leiter der Qualitätssicherung zuordnen. Seine Aufgabe ist es dann eben zu messen, wie dieses Qualitätsmanagementsystem eben funktioniert, wie effektiv es ist, ob dort kontinuierliche Verbesserungen stattfinden. Okay, und das würde mich jetzt ja auch zu der Überlegung bringen, wenn ich jetzt natürlich so einen Verantwortungsübertrag jetzt getätigt habe, das wirft ja dann auch die Frage auf, was ist denn eigentlich der Zusammenhang und diese Ziele, die ich eigentlich mit einer Qualitätssicherung verbinde. sicherlich ist es ein gutes Arzneimittel und ein steriles Arzneimittel, also ein vernünftiges Arzneimittel, möglichst ohne Fehler zu produzieren. Aber das kann es ja dann letztendlich ja nicht im Detail dann sein. Also ich glaube, das ist mehr. Und so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Sicht heraus, ich denke, es ist einfach wichtig zu wissen, worum geht es eigentlich dabei. Es geht eben nicht nur um die Qualität. Die Qualität des Arzneimittels ist ein absolutes Must. Ich denke, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das versteht sich von alleine. Das muss in jedem Fall den Spezifikationen und den Vorgaben entsprechen dabei. Der Weg, wie es hergestellt wird, auch der ist beschrieben in den Zulassungsunterlagen. Auch die müssen eingehalten werden. Auch das sind Dinge, die sind selbstverständlich eigentlich dabei. Das PQS, was ich habe, muss aber sicherstellen, dass ich eben auch dort mit einer hohen Wahrscheinlichkeit lande dabei. Dass ich eben sicherstellen kann, dass diese Prozesse eingehalten werden können dabei. Das ist halt nicht nur die Herstellung, sondern es ist eben auch alles drumherum. Das sind die Lieferanten, die mit eingesetzt werden. Das sind die Quellen, aus denen die Ausgangsstoffe bezogen werden. Das sind die Wirkstoffhersteller, die auditiert werden müssen in den vorgegebenen Intervallen einfach dabei. Die zugelassen dementsprechend sein müssen. Also all diese Schnittstellen, all diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Elementen, auch die müssen sichergestellt sein. Das Zweite ist sicherlich dabei, das Ganze muss ja auch irgendwo eine Wirtschaftlichkeit haben. Denn das Unternehmen muss und soll daran natürlich entsprechend nicht nur Geld verdienen, sondern es muss auch noch bezahlt bleiben. Es muss auch was übrig bleiben für die Mitarbeiter sicherlich dabei. Also von daher ist das auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Okay. Aber ich möchte noch einmal diese... Entschuldigung, machen wir mal im Cut. Also ich habe nur einen Punkt vergessen, den würde ich gerne noch ergänzen vielleicht dazu. Der dritte Punkt, der dazu eine Rolle spielt, ist das Thema der Supply-Chain-Sicherheit. Auch das wird natürlich zunehmend sowohl in Europa als auch in den USA nach vorne gebracht. Und die kritische Bewertung der Zuverlässigkeit der Supply-Chain ist natürlich essentiell. Einmal aus Sicht des jeweiligen Gesundheitssystems und der Patienten, aber eben auch des Unternehmens, die eben meldepflichtig sind, inwieweit ihre Supply-Chain-Verpflichtungen nachkommen können oder nicht nachkommen können. Also von daher, diese dritte Fragestellung ist dann eben, dass wir sicherstellen können in dem Unternehmen, mittels auch unseres PQS dabei, dass wir eben die Supply-Chain bedienen können. Das ist interessant, weil mir ist nämlich gerade Supply-Chain durch den Kopf geschossen, wie weit das jetzt eigentlich da rein spielt. Das heißt, früher wurde das ja so ein bisschen, die Supply-Chain ja so ein bisschen als so ein notwendiges Übel betrachtet, damit ich die Kette so ein bisschen im Griff habe. Das war eher nur der wirtschaftliche Faktor, der die Supply-Chain eigentlich umrandet hat. Jetzt bringst du ja ein QS-Thema mit dazu. Das heißt, die beiden Funktionseinheiten oder Verantwortungsträger müssen dann eigentlich mehr oder weniger zusammenarbeiten? Ich sehe da keinen Widerspruch, ehrlich gesagt. Also letztendlich, all das, was wir tun in der Herstellung von Arzneimitteln, Entwicklungen und was alles mit dazu gehört, dient ja letztendlich dem Patienten und natürlich dem Unternehmen, um einen Unternehmenserfolg zu erreichen dabei, was ja nichts Verwerfliches ist. Grundsätzlich nicht, nee. Und die Supply-Chain selber, also das ist, wie bekommen wir eigentlich sichergestellt, dass das Produkt, das Medikament eben so in der vorgegebenen Form zum Termin in der richtigen Menge beim Patienten eben auch ankommen kann. Ich denke, dass das alles keine Ziele sind, die sich widersprechen, sondern eben gemeinsam. Nee, das meinte ich auch nicht, dass sie sich widersprechen, sondern eher, dass man jetzt, also wenn ich jetzt den ersten Ausführungen von unserer Diskussion so schnell mal Revue passieren lasse, dann ist ja mittlerweile die PQS ja eine Einheit geworden, die mit relativ vielen Abteilungen eng zusammenarbeiten muss. Also früher hat man die ja, ich bringe immer gern das Beispiel, dass sie ganz oben sitzen, ja, und unten wird dann gearbeitet und ab und zu kommt mal einer runter vom Berg und hält eine neue Steintafel raus und sagt, hier, das ist wieder eine neue SOP. Ich glaube, dass dieses Bild veraltet ist, sondern dass wir in dieser neuen Generation der QS irgendwie miteinander viel stärker miteinander agieren müssen, weil wir einfach so global zusammenhängen, so intern wie auch extern. Ja, es ist ganz spannend zu sehen, dass gerade diese Supply-Chain-Fragen, ich sag mal, in diesen neueren Initiativen, die es gibt, zum Beispiel in den USA bei der FDA, klar im Qualitätsrisikomanagement verhaftet werden. Also auch da gilt es bei dem... Bei den überregionalen jetzt Guidelines oder was meinst du jetzt? Es ist noch nicht auf Guideline-Ebene, aber da gibt es halt in diesem Fall das Quality Management Maturity-Programm der FDA, in dem klar als Ziel formuliert wird, dass sie erwarten, dass das Sicherstellen der Supply-Chain ein Teil des Qualitätsrisikomanagements sein muss. Und da ist in meinen Augen auch schon klar, in wo, in welche Richtung eigentlich dort es laufen wird. Und es ist kein Widerspruch. Ich halte es für absolut sinnvoll, das eben so zusammenzuführen. Okay. Und was mir noch eingefallen ist, in unserem Vorgespräch hast du vorhin jetzt ein bisschen angerissen mit der QP. Jetzt hat die QP ja auch einen immer höheren Stellenwert. Du bist ja selber ja auch QP erreicht. Also früher war das ja ein Stück weit diejenigen, die final unterschreiben und blättern mal durch und gucken im Dokumentmanage-System, jo, passt alles. Aber letztendlich ist das jetzt ja zu einer Funktion geworden, die auch mit da reinspielt. Also sie sind zwar gesondert voneinander, aber ich finde, es beißt sich. Also deswegen nehme ich dein Beispiel, oder was du aufnimmst immer im Wording. Ich finde, dieses Mal beißt es sich. Also eine Qualitätssicherung und eine QP sind zwar nebeneinander angeordnet, aber irgendwie beeinflussen die sich beide, oder? Also wie spielt die QP jetzt in die QS rein? Absolut. Also das eine ist sicherlich die organisatorische Frage. In vielen Unternehmen sind Leiter QS und QP durchaus in Personalunion. Auch das findet man auch dort schon. Aber dann eine kurze Frage. Findest du das eigentlich richtig, wenn die QP in ihrer unabhängigen Funktion eigentlich auch Leiter der Qualitätseinheit ist? Es hat gewisse Vorteile. In größeren Unternehmen wird das sicherlich schwierig, weil dann sehr, sehr viel, ich sage mal heute jetzt eben Oversight-Aufgaben eben in der Qualitätssicherung sind, die dann nicht mehr unbedingt mit der originären Aufgabe der QP zu tun haben dabei und dann einfach der Fokus der QP plötzlich woanders ist als auf den Produkten. Es muss aber immer klar sein, dass die sachkundige Person allein im luftleeren Raum gar nicht existieren kann dabei. Das heißt, sie muss sich schon auf das pharmazeutische Qualitätssystem ja verlassen können dabei. Und dazu gehören eben Tätigkeiten, die klassischerweise in Qualitätssicherungsbereichen eben verortet sind. Dazu gehören solche Dinge wie Lieferantenqualifizierung. Wir hatten das Beispiel ja. Oder eben auch Schulung von Mitarbeitern. Eben sicherzustellen, dass die Mitarbeiter ausreichend geschult sind. Es geht nicht um die Durchführung, sondern eben die Übersicht darüber zu haben, wie ist denn eigentlich der Trainingstatus der Mitarbeiter dabei. Das gleiche gilt sicherlich für andere Grundlagen, die erforderlich sind nach Annex 16 für die QP, um eine Freigabe durchzuführen. Also die QP ist nie alleine dort, sondern muss sich immer auf die Systeme verlassen. Das zu überprüfen ist natürlich ihre Aufgabe dabei. Die Verantwortung bleibt trotzdem bei der QP, bei einigen dieser Stellen. Aber es ist kein Widerspruch für mich. Das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, dass da zurzeit zumindest noch ein sehr starker, Widerspruch in sich besteht, weil die beiden Systeme im verschiedenen Unternehmen oftmals konkurrieren. Also der eine überprüft, beziehungsweise es ist ja nur einseitig. Also der eine überprüft den anderen, während der andere nicht den anderen überprüfen darf. Sicherlich ist das so, dass historisch vieles gewachsen ist in den Unternehmen so. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist, gemeinsam an diesen Dingen zu arbeiten. Und für mich ist einer der ersten Dinge, wenn ich in so einem Unternehmen bin und dann als sachkundige Person dort tätig bin, ich möchte schon genau wissen, wer macht eigentlich was. Diese berühmte RACI-Matrix, also die Festlegung, wer ist für welche Dinge verantwortlich? Wie stütze ich mich als sachkundige Person eigentlich darauf? Wie sehe ich das eigentlich? Was sind die Dokumente oder der Nachweis, der zu bestimmten Dingen einfach dazugehören? Wie komme ich an diese Information? Das muss man einmal beschreiben. Letztendlich ist es eine große Matrix, in dem ich das zuordnen kann. Die Verantwortung, also es gibt ja delegierbare Aufgaben dabei bei der sachkundigen Person. Es gibt eben die Verantwortung. Die Verantwortung bleibt immer dort. Die Aufgaben können natürlich delegiert werden. Es muss nur sauber beschrieben sein, einfach dabei. Es muss klar dargestellt sein, damit man das nachvollziehen kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist es nicht klargestellt. Und entweder machen zwei gleichzeitig oder es macht keiner, was eben noch schlimmer wäre. Du hast ja auch früher in größeren Betrieben gearbeitet. Hast du mal in Personalunion gearbeitet? Und wie hast du da den Spagat hingekriegt? Durch so eine beschreibende Verantwortung? Also die Verantwortung muss klar beschrieben sein. Es gibt sicherlich das eine ist Thema Job Description. Auf der anderen Seite ist die Frage dann, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie baut man das Ganze am besten auf? Kann ich das Ganze in einer Übersicht darstellen? Also wie ist die Verantwortung? Ich habe ja auch vielleicht mehrere QPs, die tätig sind dort. Auch da muss ich natürlich die Abgrenzung der einzelnen QPs untereinander genauso regeln dabei. Das kann man sicherlich dann gemeinsam, zum Beispiel mit den Aufgaben der Qualitätssicherung auch machen, um zu zeigen, wer ist für was verantwortlich. Das gleiche gilt auch für die Responsible Person, also im GdP-Bereich ist die gleiche Fragestellung dabei. Auch die muss ja interagieren mit vielleicht Qualitätssicherungsbereichen und sich darauf verlassen. Da ist häufiger findet man da schon auch Personalunion, aber eben auch in der Organisation vielleicht einzeln aufgehängte Personen. Ich möchte noch mal auf die Job-Description so ein bisschen eingehen, ganz kurz noch. Wie detailtief würdest du denn so eine Beschreibung, um diese Abgrenzung hinzubekommen, machen? Also gehst du richtig tief rein oder hast du so Überkapitel, wo du sagst, okay, ich bin jetzt hier für Lieferantenqualifizierung zuständig und ich mache die internen Audits. Also bewegen wir uns auf so einer Ebene oder noch tiefer? In der Job-Description selber finden sich für mich die Aufgaben. Also es gibt viele Möglichkeiten, das darzustellen. Also machen wir mal Cut. Es gibt viele Möglichkeiten, das darzustellen. Das eine ist sicherlich in der Job-Description lediglich die Aufgaben zu beschreiben, die Verantwortlichkeiten zu beschreiben und die Umsetzung dieser Verantwortlichkeiten in weiteren Prozessbeschreibungen niederzulegen. Das hat den Charme, dass ich diese natürlich dementsprechend breiter aufsetzen kann, vor allem dann, wenn ich mehrere sachkundige Personen vielleicht irgendwo habe. Habe ich alles in einer Job-Description dann herunter bis zur SOP-Ebene, dann muss ich natürlich jedes Mal dann, wenn ich SOPs anpasse, dann natürlich auch die Job-Description eventuell mit anpassen. Das ist relativ, wenn man nicht aufpasst, roher Verwaltungsaufwand. Ja, ja, hört sich schon so an. Von daher ist es für mich die grundsätzliche, wenn ein Unternehmen sich entschließt, eine sachkundige Person an einer bestimmten Stelle in der Organisation zu haben, eine Qualitätssicherungseinheit zu haben, die im Rahmen des PQS betreut dabei, dann muss dargestellt werden, wie interagieren die sachkundige Person und die Qualitätssicherung miteinander, wer hat welche Verantwortung dabei, wo spielt die sachkundige Person eine Rolle, wo sind die Bereiche, wo sie selber verantwortlich ist, zum Beispiel für eine Freigabeentscheidung dabei, oder sich auf Entscheidung einer anderen Person verlassen kann, sich natürlich immer alle Daten wieder anzeigen lassen kann oder heraussuchen lassen kann. Das ist dann natürlich unbenommen. Also schon ein bisschen detailtiefer dann, das ist schon, verstehe ich dich jetzt richtig? Ich denke schon. Also wir haben im Annex 16 klare Beschreibung, welche Voraussetzungen da sind und irgendwo müssen diese Voraussetzungen erfüllbar sein. Die sachkundige Person kann, im Rahmen ihrer Freigabe, ist es praxisfremd in meinen Augen, jetzt bis in den Schulungsstatus jedes einzelnen Mitarbeiters herunterzugehen, im Rahmen der Freigabeprüfung oder im Rahmen des Badge-Record-Reviews. All das sind Tätigkeiten, wo klassischerweise eine Interaktion mit der Qualitätssicherung stattfindet. Ja, das finde ich gut. Also es verlieren sich nämlich viele, die ich kenne, dann wirklich in dieser Detailtiefe. Also dass wirklich QPs runtergehen, bis in den Schulungen ist dieser Mitarbeiter jetzt geschult. Also das, weil das oftmals auch nicht so klar geregelt ist. Genau. Aber da, was man sehr häufig findet, sind ja zum Beispiel der klassische Badge-Record-Review als eine Unterstützungsfunktion im Rahmen der, in Verantwortung der Qualitätssicherung dabei. Und das sind Vorarbeiten, die eine Bedingung sind für die sachkundige Person, damit sie überhaupt ihre Zertifizierung wahrnehmen kann. Aber auch da sind natürlich der Trainingsstatus der Mitarbeiter etc. kann natürlich dort gleich mit überprüft werden. Und die sachkundige Person kann wiederum im Rahmen ihrer Aufsichtsfunktion dort sich vergewissern, dass eben diese Tätigkeiten dementsprechend sorgfältig auch durchgeführt werden. Stichprobenprüfung, wenn man selber als sachkundige Person tätig ist, das gehört mit dazu. Das wird man immer tun. Selbstverständlich. Man macht immer Stichproben irgendwo. Letztendlich, irgendwann kennt man die Produkte sehr gut und weiß, wo man hinschauen soll. Man kennt die Mitarbeiter und weiß, wo man hinschaut. Ich denke, das gehört mit zum Tagesgeschäft dazu. Ja, cool. Okay. Also wir haben jetzt mal so ein bisschen so den Oberbau jetzt doch sehr intensiv betrachtet, was ich aber auch wichtig finde. Wenn wir jetzt mal tiefer einsteigen, dann sind für mich so bestimmte Elemente einer QS bestimmt wichtig. Und da gibt es so Effektivitätsprüfung, Qualitätsplanung. Was umreißt noch mehr? Also gibt es noch weitere Elemente, die ich jetzt brauche oder Aspekte, um eine PQS richtig aufzustellen? Also zum Beispiel, wir hatten das Wort Managementverantwortung. Also das haben wir jetzt schon diskutiert. Und beschrieben wird es ja in dem Kapitel 1 auch. Aber wenn wir so sagen, was sind die wesentlichen Elemente eigentlich in so einer PQS? Ich würde gerne oben wieder anfangen, sozusagen beim Management. Und das Thema ist dann eben Qualitätsplanung. Also was will ich eigentlich erreichen? Also das eine ist, ich muss überprüfen regelmäßig, wie ist die Effektivität meines pharmazeutischen Qualitätssystems. Ich muss überprüfen, wie ist meine Prozessleistung, wie leistungsfähig sind die Prozesse, die ich habe. Wie ist die Produktqualität? All das gehört zu diesem Bereich Management Review ja dazu, mit dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung. Eine Standortbestimmung ist das eine. Abgeleitet davon sollte eben dann auch eine Qualitätsplanung stattfinden. Das heißt, ich muss mir Ziele setzen einfach dabei. Das ist ja eine originäre Aufgabe des Managements sicherlich dabei. Ich muss Ziele setzen. Wo will ich denn eigentlich landen? Wenn ich eine Statusaufnahme mache und ich befinde mich in einem Bereich, wo ich vielleicht feststelle, dass ich in der Umsetzung meiner festgelegten Kappas aus den Zeiten, aus den Fristen herauslaufe, einfach damit einfach nicht gut genug bin, vielleicht aus Gründen der Ressourcen, vielleicht aus verschiedensten Gründen, weil dort vielleicht noch andere Verbesserungen im System möglich sind dabei, dann ist das natürlich etwas, wo ich als Management kritisch hinaufschaue und dann eben Ziele festlegen muss, wie ich dies in Zukunft verbessern kann einfach dabei. Das kann über Ressourcen erfolgen, das kann über Prozessverbesserungen erfolgen, aber die eigentliche Festlegung, wo will ich eigentlich hin als Qualitätsziel dabei, dieses Ziel festzulegen, das ist Aufgabe eben des Managements. Dafür braucht man diesen Management Review, wo eben Daten dargestellt sind, um es auch verfolgen zu können dabei. Ohne Daten kann... Ja, Daten ist ja heutzutage ganz wichtig. Aber bevor wir da reingehen, nochmal, das ist interessant, wenn ich jetzt Ziele festlege, weil du hast ja damit jetzt eben gerade gestartet, ich lege mir Ziele fest. Jetzt haben wir ja gerade besprochen, eine Qualität ist ein Must, ja, ich muss ein gutes Arzneimittel bauen, ich habe die richtigen Vorgaben über die Herstellanweisungen, über das Dossier. Was für Ziele setze ich mir denn jetzt genau? Weil wir haben ja auch die Forderung, es kontinuierlichen Verbesserungsprozesse ist. Das ist kein Widerspruch. Nee, das meine ich auch nicht, aber was ist jetzt wirklich das Ziel? Ja. Wie setze ich mir ein Qualitätsziel? Wenn ich Qualitätsziele festlege, dann sind das ja irgendwo irgendwelche Zahlen, etwas, was ich messen kann, etwas, was ich bewerten kann. Das heißt, ich kann natürlich nur dann etwas festlegen, um es verbessern zu können. Da ist der Link eben zu kontinuierlichen Verbesserungen. Wenn ich bereits Zahlen habe, wenn ich bereits Aussagen habe, wenn ich bereits Bewertungen habe. Das Erste, was es geben muss, ist das Bewertungssystem. Ich muss diese Daten haben, um eine Bewertung durchzuführen. Und daraus abgeleitet gibt es dann eine Vorgabe. Wie kann ich von da das Ganze verbessern? Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Was wäre für dich so ein Ziel? Die Kappers zu reduzieren zum Beispiel? Also es gibt klassische Kennzahlen, die sich fast in jedem Unternehmen wiederfinden dabei. Eine dafür kann beispielsweise Kappa und Time Rate sein. Das heißt, wie sehr... Time Rate, auch cool. In welchem Ausmaß sind die Maßnahmen, die festgelegt worden sind, im Unternehmen eigentlich umgesetzt worden? Und zwar effektiv umgesetzt worden. Es gibt eine ganze Reihe anderer Kennzahlen, die auch in den Kappa-Bereich reingehen, die klassischerweise eingesetzt werden. Aber nehmen wir an, dass wir dort eine Kappa und Time Rate von 65% haben. Das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann an Ressourcen liegen. Das kann daran liegen, dass die Kappers einfach schlecht gewählt worden sind. Dass sie vielleicht gar nicht effektiv sind dabei. Dass sie nicht die richtige Priorität haben, etc. Also es gibt viele Möglichkeiten dabei. Ein Ziel kann es sein, vom Management vorzugeben, ja, wir hätten gerne für jedes Quartal eine Verbesserung von 5% beispielsweise, um einfach dort dies besser leisten zu können. Was ist das für ein Indikator und warum ist das für das Management wichtig? Dazu gehört beispielsweise eben die Aufgabe des Management, eben auch Ressourcen ausreichend zur Verfügung zu stellen. Das können Personalressourcen sein, das können IT-Ressourcen sein, Systeme sein, etc. Aber das Management muss halt diese Bewertung, habe ich ausreichend Ressourcen zur Verfügung gestellt, das ist schon wichtig dabei. Und dass die Maßnahmen, die festgelegt worden sind, möglicherweise auch Qualitätsrisiken beheben sollen dabei. Also dazu dienen, eben das Wiederauftreten von möglichen Abweichungen als Beispiel zu verhindern. Das ist also auch von daher aus Qualitätssicht eminent wichtig. Okay, also ich lege mir als QS in Zusammenarbeit mit Management, nehme ich jetzt mal an, diese Qualitätsziele fest. Das bedeutet, ich überlege mir, was habe ich jetzt für Abweichungen? Vielleicht auch einen Indikator, ja? Also die Menge an Abweichungen? Oder ist er mehr besser als weniger? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Anzahl der Abweichungen eigentlich überhaupt keine Kennzahl ist, zumindest aus Qualitätssicht. Sie ist wichtig, um zu wissen, wie viele Ressourcen brauche ich eigentlich dabei und so eine Gesamtübersicht zu haben, wie ist denn eigentlich so, wie gut funktioniert es eigentlich in meinen Abläufen, in meinen Prozessen, vielleicht in der Herstellung, vielleicht an den Anlagen, Maschinen, etc. Ich bin überhaupt kein Freund davon, nur die Zahl der Abweichungen zu messen dabei. Denn wenn ich die vorgebe, dass ich die reduzieren will, passiert genau das Gegenteil eigentlich. Dann naturgemäß werden die Menschen dann möglicherweise weniger Abweichungen melden oder es wird sich jemand zweimal überlegen dabei, um diese Abweichungen nach vorne zu bringen. Die Abweichung selber ist ja, ich meine, das ist ein schöner Spruch, aber eigentlich ist jeder Abweichung eine Chance, etwas besser zu machen für die Zukunft, setzt natürlich voraus, dass ich das ernst meine und eben auch die Ursache wirklich ehrlich ermittle dabei und Maßnahmen dann finden. Und auch eine richtige Kapa haben. Wir haben das Beispiel gehabt, weil ich kenne ganz viele Kapas. Klassisches Beispiel ist, ich schule nochmal. Das ist so eine weiche Kapa. Ich finde es gut, dass mittlerweile die Tendenz dahin geht, auch von Auditoren und Inspektoren zu fordern, ich brauche harte Kapas. Ja, auch das finden wir mittlerweile, auch das ist in den Regelwerken ja mittlerweile enthalten, dass eben in dem Moment, wo ich wirklich den berühmten Human Error als Ursache identifiziere, dass ich das schon klar, also wirklich klar hinterlegen muss und schon sehr genau untersuchen muss dabei. Es gibt immer die Möglichkeit, also Menschen machen Fehler, das ist ganz normal. Es gibt immer die Möglichkeit, dass eben Menschen auch Fehler machen dabei. Die Frage, die dahinter steht, ist, warum hat der Mensch den Fehler gemacht? Ja, ja, genau. Und manchmal ist es eben nicht der Mensch, der den Fehler macht aus böser Absicht oder weil er es nicht verstanden hat, sondern weil es vielleicht auch sich widersprechende Ziele gibt. Also ich habe eine Zeitvorgabe für einen bestimmten Prozessschritt und ich stelle fest, da ist irgendwas auffällig. Jetzt habe ich einen Zielkonflikt und je nachdem, wer vielleicht den größeren Einfluss auf mich hat, meinen Linienvorgesetzter oder der, du hast es eben als Elfenbeinturm fast bezeichnet, die QS im Elfenbeinturm, dann ist es sicherlich die Frage, in welche Richtung soll dieses Ganze laufen? Ich bin da grundsätzlich der Ansicht, dass eben die Anzahl der Abweichungen ist wichtig, aber nur um Ressourcen planen zu können. Viel wichtiger ist eigentlich die Frage, wie viele von den Abweichungen treten wieder auf? Also sind es Recurring Deviations, wie es so schön heißt dabei? Ist dies etwas, was ich vielleicht nicht richtig die Ursache dafür identifiziert habe dabei? Ist dies etwas, dass meine Maßnahme vielleicht nicht die richtige war? Oder ist die Maßnahme noch nicht umgesetzt? Das könnte ich nachvollziehen dann irgendwo dabei. Also von daher sind dann halt die Feinheiten dabei, die Auswahl bei den Kennzahlen, das ist sicherlich unglaublich wichtig und kann hilfreich sein, oder aber es wird irgendwann nur als Ballast empfunden. Okay, jetzt haben wir ja relative Beispiele aus der Produktion genommen mit CarPass und Abweichungen, also zumindest die Abweichung. Aber für mich ist noch nicht so ganz klar, du hast ja von mehreren Kennzahlen gesprochen. Also was mache ich außerhalb der Produktion? Gibt es weitere Kennzahlen? Also Lieferantenqualifizierung irgendwie? Ich habe noch nicht so den Griff dafür, wo ich überall Kennzahlen ansetzen kann, um das Ziel Qualität zu verbessern. Die Frage ist, die dahinter steht, ist, wie will ich mein Qualitätssystem bewerten? Das eine ist natürlich, ich schaue mir meine Prozesse an. Prozesse heißt, wir hatten gerade das Beispiel der Abweichung, also wie häufig kann ich eigentlich das nicht so durchführen? Ich kann aber auch genauso gut mir anschauen, es gibt eine Kennzahl, die häufig verwendet wird als Unplanned Maintenance Rate. Also nichts anderes als, wie groß ist der Anteil der ungeplanten Wartung an den Anlagen im Verhältnis zu den geplanten Wartungen oder den Gesamtwartungen, die man hat. Und da ist natürlich die Frage, okay, je besser der Zustand der Anlagen ist, je besser ich mein Wartungsprogramm eigentlich gestaltet habe dabei, je mehr ich davon verstehe vielleicht, umso kleiner ist der Anteil der ungeplanten Wartungen einfach dabei. Das sind Dinge, die vielleicht sind jetzt herstellungsnah, aber gehören auch in solche Bereiche rein. Bei der Lieferantenqualifizierung ist eine Frage sicherlich dabei, habe ich meine Lieferanten so qualifiziert innerhalb der Zeit, die ich habe, die ich zur Verfügung habe? Also wir hatten die sachkundige Person eben. Wenn die sich darauf verlassen muss, dass eben diese Lieferantenqualifizierungen entsprechend durchgeführt worden sind, dann muss ich das eben auch mit überwachen und ein Auge darauf haben, dass dies dementsprechend geschehen kann. Na, alle Kennzahlen, wenn ich das jetzt in unserer Diskussion jetzt so aufnehme, fokussieren sich natürlich auf die Verbesserung, okay, aber so zwischen den Zeilen steht ja überall die Ressource, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Also alle Kennzahlen, die Ergebnisse, die ich jetzt da rausziehe, auch aus unserer Diskussion, führen letztendlich zu dem Schluss, schaffe ich eigentlich irgendwas in meiner richtigen Zeit? Kann ich die KAPAs richtig abarbeiten? Das hast du als Beispiel gesagt, was sind meine Lieferanten in der Zeit richtig qualifiziert? Also letztendlich kann man vielleicht zusammenfassend eine Qualitätskennzahl einführen zu einer Verbesserung, ja, aber auch zu einer Ressourcenplanung für das Management, egal in welcher Abteilung. Ja, Ressourcenplanung ist sicherlich ein wichtiger Punkt dabei, aber es ist ja nicht nur die menschliche Ressource. Ich hatte eben gerade schon gesagt, dass es eben auch im IT-System beispielsweise gibt. Also auch da Automatisierung von Prozessen dabei. Es geht ja nicht nur zu sagen, also es ist einfach zu sagen, ich bin nicht fertig geworden, ich brauche mehr Mitarbeiter. Das ist sicherlich der einfache Weg, aber die Frage muss ja dahinter stehen, wie kann ich meinen Prozess so gestalten, dass ich ihn möglichst effizienter gestalten kann. Nicht immer lässt sich das automatisieren. Das ist schon klar, gerade bei vielen manuellen Prozessen oder QS-Prozessen, die hier sind, wo das nur eingeschränkt möglich sein wird. Lieferantenqualifizierung als Beispiel sicherlich. Aber da ist dann schon, die Frage muss man sich dann auch gefallen lassen als Manager und man muss das auch dementsprechend verteidigen können. Okay, diese Kennzahlen finde ich gut, dass es die sicherlich gibt, aber sie sind ja noch nicht so richtig bei uns in Europa verankert. Also ich habe wenig Audits erlebt, wo solche Kennzahlen auch mal irgendwie als Inspektor oder als Kundenaudit oder so abgefragt werden. Anders sieht es ja in Amerika aus, wenn ich das jetzt in meiner Recherche auch jetzt richtig in Erinnerung habe. Die Amerikaner sind da ja etwas stringenter, was die Kennzahlen angeht. Also wo ist der Unterschied zwischen Europa und Amerika? Der erste Teil unserer Podcast-Folge endet hier. Freuen Sie sich auf eine Fortsetzung in der nächsten Folge. Vergessen Sie nicht, den GMP-Podcast zu abonnieren. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. zum nächsten Mal. Vielen Dank.